So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zu meinem Fazio-Video zum Pandemic, Untergang Roms. Dave und ich haben euch schon mal eine halbe Partie vorgespielt, da könnt ihr reingucken in das Video, da seht ihr, wie das Spiel funktioniert, wo da so die Unterschiede zu normalen Pandemie sind, bekommt gleich einen Einblick in die Regeln, unabhängig von meiner Meinung. Hier geht es jetzt um meinen Eindruck. Ich habe das Spiel hier gespielt, das erste Mal mit einer Gruppe von Spielern, die Pandemie komplett gar nicht kannte. Das normale Pandemie habe ich damals, als es rausgekommen ist, so 2008, 2009, 2010, ungefähr 15 Mal gespielt. Die Erweiterung alle gar nicht, ich habe nicht die ganzen Varianten gespielt, Iberia nicht, Xetulo nicht, das Holland-Ding nicht. Pandemic Legacy habe ich bestimmt 50, 60 Partien gespielt, also dreimal Season 1 und einmal Season 2. Das dürften locker über 60 gewesen sein und das waren so meine Pandemie-Erfahrungen. Und das normale Pandemie hatte ich als Spiel-Enerinnerung, dass es ein tolles Spiel war, das damals so diesen Korb-Boom gefühlt ein bisschen ausgelöst hat. Es gab noch ein paar andere vorher schon, aber mit denen ging das dann irgendwie so los und alle Leute haben irgendwie Pandemie gespielt, fanden es total toll. Andere Korb-Spiele kamen raus, das ist total super. Dafür bin ich Pandemie auch immer noch dankbar. Pandemie ist vom Grundprinzip her immer eher Richtung Familienspiel gegangen. Also es war, sagen wir mal, vielleicht gehobenes Familienspiel, aber das war jetzt nichts mega Komplexes. Man hat einfach nur vier Aktionen, macht die und es hatte bisher in der Regel immer das Problem, dass es so ein Eiferlieder-Problem hat. Sprich, alle Informationen sind offen, die Handkarten können wir im Prinzip auf den Tisch legen. Man kann gucken, okay, hier, hier, hier müssen wir hin, du hast die Karten, okay, wir können es hier austauschen. Das heißt, das Spiel hat immer die Gefahr, dass so einer am Tisch einfach sagt, okay, wir können das machen, das machen, das machen. Gerade wenn die anderen vielleicht zögern oder gar nicht so gesprächig sind, einer einfach das gerne macht, sich auch gerne reindenkt. Das ist wirklich ein Eiferlieder-Problem. Das hat dieses Spiel, hatte es eigentlich schon immer. Ich weiß, ich habe eine von diesen Varianten, das ein bisschen rausnimmt. Das ist für mich auch persönlich so das größte Problem an Pandemie, aber trotzdem liebt die Welt Pandemie. Also auch total viele Leute finden es total toll. Ich habe Kommentare gelesen, wo Leute geschrieben haben, wir haben alle Varianten davon, die brauchen wir auch noch, haben da total viel Spaß dran. Also es scheint immer noch anzukommen bei den Leuten. Und es ist auch durchaus, also dieses Miteinanderquatschen, da kann man sich eben reinfuchsen. Und gerade auch wenn einer anfängt, wenn die anderen doch so drin sind, kann man schon ein bisschen mitdiskutieren. Und es gibt auch durchaus Leute, die stört das gar nicht. Die sind vielleicht auch gar nicht so entscheidungsfreudig. Die sitzen dann da, überlegen selbst. Einer sagt, so wir können das machen. Dann sagt der andere, aha, klingt nach einer coolen Idee. Und ja, dann macht man das halt und setzt das um. Das sind also die Probleme, die das normale Pandemie hatte. Die sind hier auch drin. Also das ist meiner Meinung nach in keinster Art und Weise gelöst. Was aber schon ein bisschen schön ist, oder auch einfach anders, ist ein bisschen die Unplanbarkeit. Ich weiß, ich kann irgendwo hingehen. Ich weiß, ich habe da Legionen. Ich kann dann eben würfeln. Aber ich weiß da nicht wirklich, wie viele Legionen oder wie viele Einheiten schaffe ich da jetzt weg. Schaffe ich wirklich alle, weil ich irgendwie gut würfel? Oder killt es mir nur die Legion? Ohne die Legion kann ich nichts machen. Das ist ein Element. Wie gesagt, die Würfel sind auf jeden Fall zugunsten Roms. Es gibt dreimal eine Würfelseite, wo man Einheiten verliert. Also maximal eine Einheit pro Würfelseite. Aber es gibt insgesamt fünf Felder plus dieses Bonusfeld, wo halt die Gegner mindestens eine oder sogar zwei Einheiten verlieren. Also da ist zwar so ein kleines Glückselement drin, aber wie gesagt, sehr stark zu unseren Gunsten. Das mit diesen Völkerwanderungsrouten ist auch eine durchaus spannende Mechanik. Ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also es kann sein, dass auch routinierte Pandemiespieler da nicht so ganz reinkommen und die Würfel immer erstmal dahin legen, wo sie abgebildet sind, bis man dann dran denkt, ah Moment, hier ist ja diese Route drauf, ich muss erstmal gucken. Ich weiß nicht, ob mir das auch passiert ist, dass ich dann übersehen habe, dass in Cesara schon Marker waren, habe die doch weiter vorne hingelegt. Da muss man halt so ein bisschen reinkommen. Es ist gefühlt durchaus schwer. Also man hat so von Haus aus sechs von diesen Aufstandskarten drin und sieben Stück kann man maximal reinmachen. Und das war schon happig. Also ich habe da ein paar Partien gehabt, die wir nicht gewonnen haben, wo es auch am Anfang immer super gut aussah. Aber dann irgendwie kamen wir mehr, mehr, mehr und dann war es halt relativ schnell vorbei. Das ist eben auch ganz interessant, dass man hier eben fünf Bündnisse schließen muss, auch mit unterschiedlichen Kartenverteilungen, dass die Kartenverteilungen auch auf den Karten draufstehen. Hier von den Vandalen gibt es insgesamt zwölf Karten im Deck. Das heißt, da kann man auch schon so ein bisschen planen. Wie viele Karten haben wir schon weggeschmissen? Was haben wir schon gesammelt? Brauchen wir die Karten jetzt noch? Das ist also auf jeden Fall eine gute Neuerung und dass man eben hier auch zwei mal fünf, zwei mal vier und einmal drei Karten braucht. Und eben noch die Variante, das war glaube ich in der alten Pandemie nicht so, dass es eben auch reicht, wenn wir vier oder sogar nur drei Bündnisse geschlossen haben, wenn alle anderen Würfel dafür weg sind von einer Farbe. Also wenn wir alles haben, die jetzt nur blau nicht und blau sind halt eh wenig Karten drin, die bewegen sich selten, die kann man schnell rausballern, dann haben wir eben auch gewonnen. Das ist also auf jeden Fall auch eine gute Neuerung. Wie schon im anderen Video gesagt, die Charaktere, die es gibt, also von meinem Gefühl her sind die alle gut und brauchbar. Da gibt es jetzt, also es wird ja in der Regel gesagt, dass man halt zufällig die Charaktere verteilen soll, nicht dass man sich die aussuchen soll. Das ist glaube ich in jeder Konstellation machbar. Es gibt nichts, wo man sagen kann, boah, der ist auf jeden Fall signifikant schwächer als irgendein anderer Charakter. Die haben alle tolle Spezialfähigkeiten. Das ist schon echt ganz gut. Es gibt hier so für alles, also ganz klassisch die Übersichtskarten für die Aktionen, die es darauf gibt. Dann ist hier auch nochmal irgendwo genau erklärt, wie das mit der Verteidigung funktioniert, dass man eben auch tatsächlich so ein bisschen Quarantänemarken irgendwo lassen kann. Mit diesen Soldateneinheiten kann man eben verhindern, dass Würfe da reinkommen. Und wenn die halt da stehen und man selbst da ist, kann man eben auch Gegner bekämpfen. Da gibt es eben auch einen Charakter, der kann nicht nur mit Legionen umherziehen, sondern eben auch mit Barbaren würfeln. Das entschärft die ganze Situation auch ein bisschen. Also wenn ihr bisher Pandemie immer mochtet und das irgendwie toll fandet, also alles, was ich jetzt auch im Internet gelesen habe, ich habe mir die ganzen Kommentare auf Boarding Week dazu durchgelesen, 80, 90 Prozent sagen, es ist eine der tollsten Umsetzungen. Sie ist thematisch drin. Ich habe das auch live gestreamt, wie wir die erste Partie gespielt haben. Da waren auch Leute dabei, die haben gesagt, ja, das Thema hier holt mich auch gerade so als Historiker deutlich mehr als irgendwelche Krankheiten kurieren, die auf einmal irgendwie überall aufkloppen, sondern hier so mit diesen Völkerwanderungen. Das ist also, ich denke, wer Pandemie im Normalfall schon nicht mochte, wird es jetzt nicht mehr mögen, außer er hat so wirklich einen historischen Background. Wer aber Pandemie an sich eh schon mochte und toll fand, hat hier gefühlt eine deutlich, was heißt deutlich, aber auf jeden Fall eine etwas schwere Variante als die normalen. Ich habe gelesen, dass in den anderen Varianten, die rausgekommen sind, durchaus auch so ein bisschen Engine Building drin ist und auch so ein paar Module drin sind, mit denen man das Spiel immer wieder ein bisschen anders gestalten kann. Das fehlt hier tatsächlich. Hier hat man im Prinzip immer das gleiche Spiel. Bei Pandemie hängt ja meistens so eine Partie davon ab, also wie die sich entwickelt, wie hier so die Karten kommen. Man hat hier einen riesen Kartenstapel, wo man selten alle Karten draus zieht, aber dadurch, dass es eben so viele sind, kann eben jede Partie wieder anders verlaufen, weil mal ist hier oben orange England irgendwie ganz wichtig und passiert ganz viel, mal auf einmal hier im Hinterland und da muss man halt immer wieder neue Strategien ausprobieren, sich eben immer wieder neu drauf einstellen. Es dauert gefühlt ein bisschen länger. Also es steht auch 45 bis 60 Minuten drauf. Das normale Pandemie war eigentlich immer so 45 Minuten durch. Das hier ist schon mit 60 Minuten, mit drei, vier Leuten realisierbar, weil man eben doch relativ viel planen und besprechen muss. Diese Mechanik mit den Ereigniskarten, dass die halt ein normales Ereignis haben, das okay ist und dann ein Ereignis, das richtig gut ist, das mehr Spieler betrifft, das bessere Auswirkungen hat, wo ich aber halt so Niedergang für nehmen muss. Sprich, wenn ich hier acht Stufe runter bin, haben wir das Spiel verloren und hier kann ich mich halt entscheiden, möchte ich halt die normale Variante von dem Ereignis haben oder möchte ich die bessere Variante haben und riskiere dafür, dass wir hier irgendwie untergehen. Weil es kann manchmal besser sein, hier einen Schritt tiefer zu gehen, um dann mehrere Krisenherde lösen zu können, als zu sagen, nee, das machen wir jetzt nicht und dann kommt irgendwie eine Kettenreaktion und wir haben drei, vier Ausbrüche am Stück und sind danach tot. Also das ist eine interessante taktische Abwägung. Das ist auf jeden Fall was ich aus den anderen Pandemiespielen nicht kannte, was mir extrem gut gefallen hat. Also alles in allem kann ich für mich sagen, dass ich finde, es ist ein gutes Spiel, das durchaus Spaß macht, das so auf gehobenem Familienniveau toll funktioniert. Ich mag diese Würfelmechanik, eben auch, dass man ohne Legionen nicht viel machen kann. Das heißt, man muss auch immer absprechen, Kastelle, wo treffen wir uns, wo übergeben wir Karten, wo übergeben wir vielleicht auch Einheiten. Das macht schon alles Spaß, ist aber wie gesagt, so Familien-Plus-Niveau, unterste Stufe vom Kenner-Niveau. Ich persönlich freue mich super auf Pandemic Legacy Season 3. Das werde ich spielen, da werde ich die Geschichte erleben. Das Spiel hier erzählt auch auf seine Art Geschichten, wo welche Völker langwandern, was da so passiert, aber bei den Legacy-Spielen ist halt viel mehr Story, viel mehr Tiefgang drin. Das hier ist eine Variante, die ich gerne kennengelernt habe. Ich möchte auch liebend gerne die anderen Varianten spielen, das mit den Fluten und mit irgendwie Iberia und so, gerade weil alle sagen, das soll so gut sein. Ich möchte jetzt einfach kennenlernen, um da eben auch bei weiteren Varianten dann durchaus mal Vergleiche anstellen zu können. Es ist aber jetzt kein Spiel, das einen dauerhaften Platz in meiner Spiele-Sammlung finden wird. Dafür ist es dann doch einfach zu sehr Pandemie und da habe ich einfach zig andere Spiele, die ich persönlich eher auf den Tisch bringen würde. So ins Gateway-Spiel auf jeden Fall ganz gut, aber ich bin auch jemand, ich spiele mit Leuten, denen ich das intellektuell zutraue, dass die halt auch ein bisschen anspruchsvollere Spiele spielen können. Spiele ich als Gateway-Spiel eben auch durchaus ein bisschen was, was durchaus anspruchsvoller ist als Pandemie und das holt die Leute dann, wie gesagt, eben auch ab. Aber wie gesagt, wenn ihr totale Pandemie-Fans seid, guckt am besten in mein Let's Play-Video, dann wisst ihr, ob das was für euch ist oder nicht. Ja, das war es von mir. Danke fürs Zugucken. Bis bald und tschüss. Musik 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 Musik